Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Pokémon-News-Folge. Wie jede Woche Dienstag gibt es die Pokémon-News. Und ja, heute gehen wir auch wieder Pokémon GO, Pokémon UNITE, Kammelsinnung Purpur, ein bisschen was zum TCG, ein bisschen was Special-mäßiges, alles mögliche ein bisschen durch und auch eine ganz, 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 ganz Mini-Theorie zum Schluss, weil es gibt vielleicht ein bisschen Infos für die nächste Pokémon Direct. Kommen wir alles in diesem Video zu. Erstmal bevor wir starten, möchte ich mich erstmal beim Sponsor bedanken, Holy Energy. Wenn ihr Bock auf Energy habt, Leute, checkt auf jeden Fall mal aus, sie haben eine neue Geschmackssorte, nämlich den Alligator mit Apfelgeschmack. Süß und sauer in einem. Können richtig geil schmecken. Ich habe ihn noch nicht, er kommt noch. Kann auch dann auch mein Feedback geben, aber richtig geil. Checkt auf jeden Fall mal aus. Link in der Beschreibung mit dem Code SHARIO, spart ihr immer 10%. So, wie jede Woche, wir starten mit Pokémon GO, weil da sind wir mit das meiste und da gehen wir einmal ganz kurz das Ganze durch. Die Adventure Week geht noch einen Tag und 16 Stunden, also bis zum 2. August, also die ganzen Fossil-Pokémon, wer sie holen möchte, auf jeden Fall noch mitnehmen. Genauso wie auch das Mega-Despotan noch 3 Tage und 6 Stunden da ist, also bis zum Freitag. Die Ultra League endet in 2 Tage 18 Stunden und Rigi Drago ist noch 3 Tage und 6 Stunden, also bei meiner Aufnahme. Also bis Freitag auf jeden Fall geht Mega-Despotan, bis Donnerstag geht die League und bis Mittwoch geht die Abenteuerwoche. Also wenn ihr Bock habt, euch noch einen Mega-Despotan zu holen, tut das bis Freitag. So, die Sachen mit Amazon Prime gehen auch noch 21 Tage. Auch da, Leute, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr eurem Twitch-Konto verbinden, dann könnt ihr euch die Twitch-Drops so gesund holen, also diese Bonis. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch gerne bei mir auf Twitch einen Sub da lassen, also einen Twitch-Prime-Sub. Ich sage vielen Dank. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, macht das gerne, würde mich freuen. So, dann die nächsten Sachen. Die Daily-Streak-Bonus, der startet schon am 1. August, also an diesem Tag, wo das Video online geht, ist der schon da. Es heißt, ihr bekommt jetzt neue Bonis, indem ihr eure 7 Tage Pokémon fangen, 7 Tage Pokémon-Stops drehen. Da bekommt ihr jetzt mehr Belohnung, nämlich 20k und 10.000 Sternenstaub, lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Dann startet die ganzen Go-Fest-Sachen, die sind ja dann in woanders, nicht bei uns, wie zum Beispiel hier Osaka oder London. Ich mache nochmal ein Video zum kompletten Go-Fest, das geht dann wahrscheinlich am 2. August online, also da auf jeden Fall nochmal reinschauen, gibt ja alle Infos. So, bei uns wichtig, ab Freitag kommt dann Mega-Garados in die Raids, auch sehr cool. Mega-Garados leider bei uns noch nicht, erst Ende des Monats, wie gesagt, da kommt auch nochmal das Video zu. Dann bekommen wir noch Creselia zu uns in die Raids, auch ab Freitag, ab dem 3.6. und ab dem Samstag startet ein neues Event, nämlich Glittering Garden. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Hier gibt es einige coole Sachen, wie zum Beispiel Pflanzen-Pokémon, die jetzt mehr spawnen. Wir haben Distanz für unsere Buddies zum Beispiel, Candies und ganzen Kram. Wir haben hier gewisse Pokémon, die halt in Shiny höher spawnen können, also auch jeden Tag wechseln. Da kommt auch nochmal ein Video zu, ein kleines Short. Wissen, was zu den Entpucken und den Eiern. Es gibt ein paar Feldforschungen, die man kann, also ein kleines Pflanzen-Event, ja. Muss man sagen, ist jetzt nicht das Krasseste, aber ein kleines Pflanzen-Event. Ja, und sonst ist alles eigentlich erst ab der Woche drauf, also diese Woche dann nicht mehr. Achso, fast vergessen, Leute. Heute, wo das Video online geht, ist auch die Wohlpix-Spotlight-Stunde. Das heißt, ihr könnt heute Wohlpix auf jeden Fall mehr fangen. Ab 18 Uhr, ganz wichtig. Und wir haben im Prinzip zweimal Evolution XP, wenn ihr Pokémon entwickelt. Also auch da mal mit reinschauen. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Pokémon Unite. Pokémon Unite ist jetzt die Woche ein bisschen interessant, denn es gibt ja diese Roadmap, die wir veröffentlicht bekommen haben. Die habe ich letzte Woche schon mal gezeigt. Und wir sehen, dass jetzt hier, im Endeffekt, heute ist ungefähr hier diese Linie. Weil heute ist nämlich Panic Parade, also hier unser Abwärtskrangel, erst einmal zu Ende gegangen und kann jetzt derzeit nicht gespielt werden. Der Modus ist aktuell erst jetzt mal, so gesehen, weg, ja. So, was wir hier noch haben, ist das, wie ihr seht, also hier das Weltmeisterschafts-Prediction-Event. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall aktuell abstimmen, für welches Team ihr voten würdet, was dann am Ende vielleicht gewinnt. Und ihr bekommt Bonis. Das ganze Turnier ist aber auch erst ab dem 10.8. So, Abwärtskrangel geht aber in Runde 2. Und Runde 2 sieht wesentlich kürzer aus, wenn wir auf den Zeitraum gucken, weil das war Runde 1. Runde 2 sieht wesentlich kleiner aus. Also wenn wir das Ganze uns mal angucken, ist der, wenn diese Linie der 5.8. ist, dann müsste das hier der Freitag sein. Das heißt, Donnerstag oder Freitag, ein von den beiden Tagen geht dann im Prinzip hier, wird eher der Freitag wahrscheinlich sein. Runde 2 los. Ab dem 5. ist auch das Pokémon Unite Weekend auf jeden Fall mitnehmen. Gibt es ja ein paar coole Sachen, also auch da am Wochenende ein bisschen Pokémon Unite zocken. Und diese Round 2 scheint relativ kurz zu sein. Also wenn das hier ein Tag ist, dann ist das maximal drei Tage lang, also ein Wochenende. Und auch Round 3 scheint sehr, sehr kurz zu sein, wenn man das mal so betrachtet. Also da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wie gesagt, hier das Unite Weekend geht vom 5.8. bis zum 10.8. Also fünf Tage habt ihr hier die Unite Week. Ganz wichtig. Also da die Woche ein bisschen was Neues. Mal gucken, wie gesagt, wenn bei Round 2 irgendwas Besonderes sein sollte, mache ich schon mal separat das Video zu. Und zu Pokémon Unite Weekend ist da was, was richtig, richtig krass zu holen. Würde es auch nochmal ein kleines Short hier auf YouTube geben. Dann ab dem 5.8. So, das war eigentlich ein großes und ganzes Pokémon Unite. Mehr gibt es die Woche als aktuell noch nichts Neues. Wenn dann was kommen sollte, mache ich nochmal ein Video zu. So, gehen wir weiter zu Pokémon Kamesin und Purpur. Ja, Leute, am Wochenende haben wir erst einmal nur wieder Gortrom. Alleine, ohne Boni, zumindest Stand heute. Es kann sein, dass sich das Ganze ändert. Ich habe Videos hochgeladen, wie man locker Solo besiegen kann. Mit Arceus, mit Summer Center, eine One-Shot-Taktik im Team, mit Eisenhand, mit Cravell, äh, Cravell sage ich schon weiter. Mit Kramor. Also relativ viele One-Shot-Taktiken und Single-Taktiken und also alles Mögliche. So. Was wichtig ist, ist vielleicht hier das Leak-Video. Es gibt Daten, die darauf schließen lassen, dass ab dem 8. August eine Pokémon Direct sein sollte. Also eine Pokémon Present, sozusagen. Also die Live-Show, wo es News zu Pokémon gibt. Und der 8. wäre nächste Woche Dienstag. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall in den News am nächsten Dienstag Bescheid bekommen, weil diese Pokémon Presents sind ja weiß ich immer so ab 15, 16 Uhr. Und die News hier gehen ja ab 13 Uhr online. Das heißt also, spätestens in diesen News werde ich euch sagen, ah, hier ist ein Livestream. Und wenn es einen geben sollte, werde ich ihn auf Twitch Livestream. Also auch da gerne vorbeikommen. Link in der Beschreibung. Dann können wir uns auf Twitch gerne zusammen angucken. Ich mache es auf YouTube mittlerweile ungern, weil das Problem ist, man kann Musik nicht richtig laufen lassen, weil YouTube claimt das auch weg. Deswegen werde ich es sehr wahrscheinlich auf Twitch streamen. Falls es doch YouTube sein sollte, werde ich nächste Woche in den Pokémon News im Endeffekt euch damit über Info geben. Also auch da, jetzt am Wochenende Squadron. Aber wartet mal ab. Nächste Woche könnte relativ geil werden, weil wir haben auch das Wochenende drauf, die Weltmeisterschaften. Vielleicht streamen wir auch da ein bisschen. Mal gucken, wenn ihr Bock drauf habt, können wir uns gerne die Weltmeisterschaften und Pokémon zusammen anschauen. Vielleicht Unite, vielleicht kamen sie den Purpur. Wie ihr Bock habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr Lust hättet, ob wir uns die Weltmeisterschaften zusammen anschauen. So. Pokémon TV. Ich habe letzte Woche auch schon gesagt, Leute, ihr könnt noch bis zum 4. August den zweiten Pokémon-Film, die Macht des Einzelnen, kostenlos schauen. Auf Pokémon TV. Das kann man auf dem Handy, auf der Switch, auf dem Fernseher, überall im Browser einfach auf Pokémon TV gehen oder googeln. Mit diesem Pikachu-Symbol, auf der Switch ist das eine App. Und dann könnt ihr euch den Film angucken, komplett kostenlos. Richtig geiler Film. Lohnt sich auf jeden Fall zu Lugia, sich hier mal reinzuschauen. Und auch hier gibt es auch was zu den Serien. Also auch hier zum Beispiel, mein persönlicher Favorit sagt jede Woche XYZ, die drei besten Staffeln. Meiner Meinung nach kann man sich hier komplett anschauen. So. Dann haben wir noch ein bisschen was zum TCG. Da gab es ein paar News. Im Endeffekt, die McDonald's-Kartenserie kommt zurück. Es wird wieder neue McDonald's-Karten geben. Das Kangama und Kojutsu-Set haben, glaube ich, letzte Woche, glaube ich, schon gehabt. Ja. Und sonst haben wir eigentlich nur ein paar Secret Wars, die erhüllt worden sind und mehr aktuell eigentlich nicht großartig. So. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen heute, dass ihr heute die News dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Vielleicht einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr, wenn es richtig um Pokémon Direct geht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und Ciao.